ARD Text im Auftrag von Funk So, entschulde ich mich noch kurz, kurz, äh, die Verwirrung hier ablegen, denn, äh, der gute Admirer hat mal wieder zwei Tage nicht gespielt, deswegen an den Namen kann ich mich zum Glück noch erinnern und einfach mal gut, dass der doppelt so groß ist wie uns, äh, wie, wie wir, wie uns, mh, alter, aber trotzdem ein Lappen. Achso, ja, ich erinnere mich, ähm, nachdem ich dann in der letzten Folge mal wieder im absoluten First Try die Mozi-Queen zerstört habe, äh, kommen jetzt die beiden Gestalten hier, aber ich dachte, die hätte ich doch letztes Mal schon verprügelt, oder? Ne, das habe ich doch schon, egal, das machen wir nochmal, denn die Lappen können ja auch nichts. Was ist denn für ein X, warum kann ich hier rum-Xen? Ach, jetzt ist schon wieder der, der Bug wie vorher, yo, ciao. Au, ciao und au. Ciao mit au. Alter, ey. Einmal gegen gute Feinde kämpfen, nope, und der hat eine Schale dabei. Schäm dich. Der. Äh, schändlich, schändlich, äh, fällt mir leider, fällt mir leider kein Wortspiel ein. Darauf erst mal ein Malzbier. Auf Schale und schändlich. So. Schade. Wow, die hat sich so zusammengerollt. Aber das hilft auch nicht. Okay. Ja, das kann ich ja schon. Ach, das war, ja, mh, das waren ja diese beiden, äh, dick und doof hier. Die dürfen wir vielleicht nochmal schön verprügeln. Vorher möchte ich mich aber nochmal setzen, dann muss ich hoffentlich die beiden anderen Gestalten hier nicht nochmal machen, wenn ich nochmal neu laden muss, aber, äh, ne, bei dem First Try, den ich gleich wieder hinlege, wird das doch gar nicht notwendig sein. Tada. Hier gibt's nochmal Schleben. Die guten Schleben. Bring mir das, äh, Herausforderung, Aua. Okay. Los, Dennis, tötet ihn. Dennis. Jo, einfach drauf. Okay, dafür, dass ich zwei Tage nicht gespielt hab, eigentlich ganz okay. Ein paar Ausreden hab ich allerdings noch. Hä, wieso? Okay. Ah, schlecht. Warte, warte, warte. Blocken. Ja, der Stichfried wieder. Ah, ich dachte immer die falsche Taste, keine Ahnung. Ja, Dennis staubt gleich wieder ab. Nö, ich staub ab. Ich staubt meinen eigenen Kill ab. Ah, scheiße. Ah, okay. 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 Ah, der Leben ist ja wieder knapp. Aber es ist halt, wenn man so schlecht spielt. Also, der Dennis kann noch ein bisschen besser spielen. Nö. Er greift einfach nur mich an, der Drecksack, ne? Ach, Mist. Hier, das ist auch. Ah, ich kann das auch, Kollege. Ich kann auch schummeln. Hier. Ja, genau. Was ist das denn? Gewicht nimmt zu, Verteidigung nimmt aber auch Ultra zu. Da sag ich doch mal nicht nein. Jetzt hab ich so einen komischen, äh, weiß ich nicht, Buschhelm hier auf. Tja, hab ich gerade mal eben den, äh, Indiana Jones gemacht hier und den, ähm, Schwertypen einfach mal über den Haufen geschossen, wie man das so macht. Nach einem, in einem, ja, fairen und, äh, ehrlichen, äh, Ehrenduell. Erstmal Käfer looten. Erstmal ein Bier. Gift hab ich wieder vergessen. Obwohl hier schon eine Tonne steht. Hm, hm, hm. Ausrüstung passt, äh, ja, aber nicht, dass ich das mal wieder hin. So, ich muss zurück zur Fortress, yeah. Und so ein Zufall, wahrscheinlich bricht das jetzt hier ein. Als hätte ich's nicht gewusst, aber, yo, war wahrscheinlich zu offensichtlich. Erstmal ein Bier. Also, was, auch wenn die ganze Welt gerade ein bisschen schlecht aussieht, erstmal ein Bier. Hm, ich seh hier nichts. Jetzt hab ich hier mich wieder durch dieses gefleuchten Zern. Äh, oh, hier gibt's Pilze. Pilze, die sich bewegen. Okay. Kann man die essen? Kann man den essen? Wahrscheinlich nicht. Daneben. Aua. Ah, du bist Viecher. Ja, okay, das war klar. Okay, was muss ich jetzt gegen die machen? Kann der auch mal stehen bleiben? Nein. Boah. Ja, ja. Okay, da regt mich auf. Jetzt hab ich schon zwei von den nervigen hier. Ja, kann ich da mal... Okay, warte. Ja. Ja, wir springen erst mal wieder fünf Meter weit. Was ist denn das? Ah, das hilft nicht. Okay, warte. Easy. Hättest du... Hättest du dir so gedacht, dass dein Dickschädel dir hilft? Boah, diese Viecher. Ey, das ist einfach... Au. Yo. Warte, erst trinken. Yo. Hm, hm. Das finde ich jetzt so ein bisschen schwierig, weil so zum, äh, ich sag jetzt mal so halben Ende des Spiels, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich hier reden soll. Es gibt Pilze, ja. Äh, die Gegner sind aber alle, äh, samt irgendwelche, äh, Lappen. Und, ja, hier rauszukommen ist irgendwie... Ach ja, das geht ja auch. Ganz vergessen. Diesen Mario Warjump. Erstmal andere Leute looten. Verteidigung, Gewicht ist besser. Verteidigung ist schlechter. Nö. Fragezeichen. Da kann ich langen. Hm, da ist auch eher so eine Geheimkammer. Und da geht's in die unbekannte Region. Der Galaxis. Und cool, dass sie sich ja auch die ganze Währung ausgedacht haben mit Eisen und so. Aber das braucht man ja auch nicht, ne? Was soll ich denn damit machen? Ich will mir noch sechs Pläne. Der Schlüssel zur Dorf-Inkarnation. Oh, es ist schon wieder dunkel. Das überrascht mich mal wieder nicht. Mehr Pilze. Moin. Au. Ja, cool. Da war ich einfach mal hart zu langsam. Au. Oh, Dinge, die leuchten, sind als Lut immer besonders schön. Das ist mal ne Keule. Ne. Schwert für dich war jetzt mehr. Salat. Ich finde hier Salat. Knackig. Knackig. Und gesund. Der Koch sollte ihn für seine Rezepte gebrauchen. Regine marveled, dass solche krispe Gräume auf dem Boden gründen können. Der Chef würde ein feines Mehl davon machen. Interessant, dass ich den einzigen Salat im ganzen Königreich gefunden habe. Ich würde mir ein oder mehrere Gedanken machen. Dafür, dass die ja doch ach so gesund ernähren oder kochen oder whatever. Was haben wir hier? Ach so, Eisen. Ja. Ne, aber ernsthaft. Brauche ich das für irgendwas später noch? Oder sammle ich das einfach nur aus reiner Freude am Sammeln? Oh. Oh ja. Da ist doch auch noch irgendwas, yo. Da kann man später auch noch mal hin. Nö. 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 Und nein. In der Biene hat man es nicht leicht. Ich sag's euch. Oh, erstmal eine Bank. Hier hat's schon. Ja, mein Vorgänger hat es leider nicht geschafft. Er ist leider kurz vor der Bank zusammengebrochen. Kann ich eigentlich auch so einen komischen Aminhelm ausrüsten? Keine Ahnung. Hier rumpelt es so ein bisschen seltsam. Äh, ja. Hä, Moment. War ich hier schon mal? Nee, oder? Keine Ahnung. Kann ja auch schlecht. Und wir bauen wieder unnötiges Eisen ab. In dieser Miene gibt es wenigstens Eisen im Gegensatz zu der aus Domekeeper. Muss ich einfach um... Oh. Oh. Als ob die Ratten die Tunneln gefunden hätten, haben sie nicht gemacht. Aber was könnte besser als ein Ratten? Zwei Ratten. Ja. Case closed. Ich baue wieder Eisen ab. Wann kriege ich denn diese Maske hier, Mann? Wann kriege ich denn mal hier eins auf die Maske? So. Was? Eisen. Ja, das brauche ich. Äh, nicht. Cool, dass hier auch einer von diesen Zahnstochern die ganze Mine einfach mal zusammenhält. Muss ich mir Gedanken machen. Erst mal meine Gesäßmuskeln hier auf die Bank einzahlen. Ja. Wow. Ich habe es gerade auch erst geschnallt. Und das ist der erste Apparat mit Strom. Lol. Weil wir sind ja Mittelalter, ne? Äh, obviously. Und, ähm, das sollte uns zu denken geben, was wir hier finden. Interesting. Okay. Ich glaube, das Ganze könnte man mal einen ganz nicen Twist bekommen. Wenn wir nicht sagen, ja, die Tunnel waren vorher auch schon da. Aber wieder zwei sehr hässliche Käfer. Okay, ein hässlicher Käfer. Entschuldigung. Ja, come on. Boah, so ein richtig, so ein richtiger Rückenkratzer. Geil, da steht sogar noch, da sind sogar noch Sachen auf dem Tisch. Hier, so links, so ein bayerischer Hut wieder. Die Bayern haben diese Tunnel angelegt. Und ein Bier. Ja, das ist, das ist definitiv, das sind definitiv, äh, bayerische Tunnel. Ach, Mist, jetzt habe ich, äh, verdammt. Wollte eine Rennfolge. Erst trinken, dann looten. Mh, Gewicht und... Hä, warum sind denn die? Nein. Ja, wohl sehr gut gegen... Ach, ich weiß nicht. Sehr gut gegen Käferinskis. Aber lohnt sich das halt echt. Guck dir mal an, wie die Verteidigung da unterleidet. Deswegen lasse ich das mal. Yo. Oh, noch mehr, äh, Pilze. Mh, okay, erstmal looten. Looten. Looten eins und zwei. In den Kurs nach der Uni hatte ich auch Einsen. Ja, genau, die können einfach super, super gut ausweichen. Warte, warte, warte. Zu viele. Zu viele Schellen, die die kriegen. Yo, jetzt kommen noch die Panzerkäfer. Die Brückenkopf-Panzerkäfer oder so, genau. Brücken-Panzerkäfer-Panzerkäfer-Käfer. Warte. Die, den Kopf in den Sand-Steerkäfer. Eine nervige Scheiße hier nach der anderen. Warte. Oh, oh. Yo. Alles klar. Der Tackle. Ah, komm. Ah, komm. Das wird dir auch nichts helfen. Ja, natürlich. Dann kommt direkt wieder der Nächste. Warte. Oh. 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 Ach, Scheiße. Okay. Da steht der gleiche Tisch wie gerade. Interessant. Äh, waren die Entwickler wohl, ähm, doch ein bisschen fauler, als sie, äh, zugeben, äh, wollten. Äh. So, Moment, kurz auf meiner Checkliste hier eintragen, ähm, ne? Entwickler wieder persönlich angriffen. Ja. Alles klar. Check. Check. Uh. Fancy. Boah, das wär so... Okay, pass auf, ich mach jetzt mal kurz ne Prognose. Das wär richtig geil, wenn die Ratten quasi vorher schon viel, viel weiterentwickelt waren. Dann haben die einen dritten Weltkrieg losgetreten und dann wurden die komplett wieder zurück ins, äh, Mittelalter gebombt. Na, dass, dass die dann einmal so diese, ähm, äh, Zukunft, die ihr auf uns wartet, äh, wahrscheinlich schon mal vorspielen. Äh. So, Gewicht, Fernkampf, ja. Cool. Bogen. Bogen 1 und 2. Ja, das wär echt cool. Okay, komm, wir klauen mal hier die... Na gut, aber die Geräte laufen ja noch, ne? Also, nicht, dass da irgendwas auf uns wartet, was, ähm, wir nicht mögen, eventuell. Wir klauen mal das seltsame Metallding. Dieses seltsame Metallding wurde von keinem Rattenschmied gefertigt. Vielleicht passt es in diese seltsame... Sie sah wie das Stück, das das Gerät brauchte. Jetzt könnte er das Garten öffnen. Er hofft. Ja gut, aber hier liegt noch Ratten, oder? Was ich mein... Ich mein, ich mein... Fragen über Fragen. Ah, das wär aber echt ein saucooler Twist, ne, noch so richtig schön gesellschaftskritisch. Im Sinne von... Jo, wartet's nur ab. Da seid ihr bald auch. Da haben wir ja bald auch, ähm... Auf der Erde unser eigenes, äh, Rattenkönigreich. Ups. Hä, was war das denn? Huh? Axt eins und... Ja, keine Ahnung. Äh, zwei nicht. Das nimmt etwas... Ja, ist... Mh... Kleines bisschen... Kleines bisschen stärker, diese komische Wikinger-Axt hier. Äh, nehmen wir die mal trotzdem mit. Äh... Lasst uns darauf, ähm... Nichts geben. Okay. Ja, eh keine neue Ausrüstung. Ja, klar. Whatever had lived here was long gone. And Reggie was glad. What kind of beast would live in a place made of such cold hard metal? Ja, haha. Das, äh, wirst du wohl gerne. Dat Ding da. Ja, klar. Das ist schon schon sein Bro. Au. Ich hab... Cool, wenn man die so zurück schleudern könnte, aber... Nope. Au. Haha. Voll daneben. Au. So. Wo im Karton oder... Noch mehr ohne Fahrschein? Wow. Wobei Fahrschein hier eine ganz neue Bedeutung bekommt. Was steht da? Äh... Ro... Rota. Oder Rodka. Das, äh... Glaub ich jedenfalls. Komm, Rat. Das kleine Kreature schweakt hat Reggie. Was war es? Oh, Rat oder Maus? Es war armiert. Aber es war glücklich, ihn zu sehen. Vielleicht könnte es den König nach Hause kommen. Having said that he was king, the creature explained that he was a mole and electrician of the great Molshevik Republic. Molshevikischen Republik. Ich raste aus. Okay. Was zur Hölle? Hä? Äh... Was ist denn? Also ich habe eine ganze Menge erwartet bei dem Spiel, aber das... Das habe ich nicht erwartet. Darauf erst mal ein Bier. So. Hacking Hack, ey. Was zum Mika Hackingen, ey. Was ist denn? Jo, die haben auch den... Die haben auch das Bier. Und die haben auch Bänke. Kein Volk, das Bänke hat, kann böse sein. Einfach Regeln. Metalldings. Komischer Knopf. Fährt nach... Links. The mole needed something called electricity for his tram. But... It could get Reggie home. And that was all he needed to know, to agree to help. Hexerei, Hexerei, er tötet ihn. Ja, Moment, was? Okay, cooler Beat. Wollen Sie jetzt unter das Video irgendwelche Copyrights setzen? Oder... Oh, der Blub ist einfach... Oh, oh. Entschuldigung. Faust of Habit. Äh, kann man die Ferienkampfwaffen eventuell käuflich erwerben? Oder... Mega, der hat einfach mal ein Gewehr dabei. Ich bin ehrlich, ich feier den Twist gerade echt so ein bisschen. Weil das ist echt was, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Geht hoffentlich vielen so. Wow. Okay. Okay. Okay, mit seiner Beatbox. Was ist Gondorf? Okay. Joau. Erstmal zwei Criticals. Ich hab... Ich hab gerade echt das Gefühl, dass ich in einem anderen Spiel bin. Ohne Witz. Ja, erstmal Gift. Ja, okay, die haben auch Gift. Und die haben auch irgendwie... Warum auch immer... Ähm... Pfeile und... Dingens. Ich... Ähm... Okay. Und der muss sich auch nicht setzen. Das folgt der Maulwürfe. Können die mal hier aufräumen oder so? Das hat so ein bisschen was von Metro, ne? Sieht mich auch so ein bisschen aus, als wäre er aus der Zeit. Ja, da wären wir wieder beim Dritten Weltkrieg. Oh nein. Die Brutmutter. Mhh. Och, nicht schon wieder. Och, nö. Jo, alles klar. Jetzt hab ich alles gesehen. Jetzt hab ich alles gesehen. Was ist denn los? Äh, oh, oh. Au. Abziehen tut das Vieh auch. Hä? Au. Hä? Ach so. Okay. Wie soll ich den nennen? Den Dude hier links. Für mich sieht das so aus wie so ein Norbert. Keine Ahnung, warum... Warum... Warum mir das einfällt. Norbert der Maulwurf. Sie nennt den Norbi. Norbi der Schummler, weil er ein Gewehr dabei hat. Oho. 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 Hä? Ach so. Ja, geil. Nein, da war's. Ja. Hä? Ja, wieder die Lappen schicken hier. Warum? Jedes Mal, wenn man nichts mehr einfällt, ne? Dann schicken die immer ihre Lappen. Ja, noch einer, klappen. Oh, klar. Natürlich. Lupen kann ich nicht. Schade. Hä? Ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Danke. Alter. Bin ich schlecht. Ich will ja nicht spoilern, aber ich glaube, das ist ein schlechtes Ende. Für die Brutmutter. Ja. Oh nein. Ja, ey. Keine Chance. Jungs. Okay. Oho. Ne. Alter. Was ist los? Okay. Bier? Mhm. Ja, komm, die legen wir noch eben. Das erledigen wir noch eben. Ich kann Norby jetzt ja nicht hier im Stich lassen, wie er da die Treppe runter stolpert. Alter, ich kann nicht. Ich kann hier auch einfach die Deckung hoch machen. Komm, schieß nochmal. Ciao. Ciao. Verliert die dadurch überhaupt Leben? Ist die große Frage. Oh. Oh. Oh ja, der schießt auch mit. Ach, unser Gipton. Genau da rein. Ey, warte. Ah, jetzt kommen wir die Lappen, ne? Die Lappengesichter. Die Axtburger Lappenkiste. Ja, komm. Ja, ey. Mach mal hier den Hinterhalt von oben. Moment. Hier. Oberste Regel bei der Genfer Konvention. Wenn jemand Bier trinkt, darf man ihn aber nicht angreifen. Voll daneben. Scheiße. Ja, ey. Wie soll ich denn da ausweichen? Oh nein. Ich weiß nicht, wie viele Viecher ich darf, aber wie viele, ja, come on. Ich liege da schon am Boden. Ich muss schon nachtreten. Oh wow. Okay, das wird's auch nicht gewesen sein. Das so. Scheiße, Al. Snobby, willst du nochmal schießen, oder? Easy. Her great wings had finally stopped buzzing. She and her young would infest this place no longer. Theoretisch sind wir hier die Bösen. Ich will's ja nochmal gesagt sein. Äh, gesagt sein. Ich will's ja nochmal gesagt haben. Wir haben gerade dieses, äh, völlig unschuldige Nest an Viechern hier überfallen. Und, äh, alles, äh, brutal, äh, niedergemetzelt, was uns vor die, äh, Flinte kam. Apropos, Flinte, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass der Typ mir das Gewehr mitgibt. Das wär, äh, äh, äußerst, äh, cremig. So, was auch äußerst cremig ist, ist, dass ich dann, ähm, hier erstmal einen Cut mache. Dann, äh, kann ich nämlich erstmal nur speichern und, ähm, da machen wir in aller Ruhe in der nächsten Folge weiter. Jo, ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen und, ähm, ja, sag mal, bis denne. Tschüss. 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 Vielen Dank.